Hallo, mein Name ist Sabine Esters. Ich bin bei der APT Extrusions GmbH & Co. KG zuständig für das Recruiting und die Entwicklung unserer Mitarbeiter am Standort. Die APT Extrusions GmbH & Co. KG gehört zur APT Group und hat ihren Unternehmenssitz in Monheim am Rhein. Angefangen als kleines Familienunternehmen blicken wir heute auf fast 50 Jahre Tradition und Know-how zurück, ohne dabei unser familiäres Flair zu verlieren. Mit unseren 300 Mitarbeitern am Standort, die aus 14 unterschiedlichen Nationen kommen, sind wir heute einer der Marktführer der Aluminiumbranche in Westeuropa. Unser Kerngeschäft besteht aus der Entwicklung und Fertigung technologisch anspruchsvoller Aluminiumprofile, deren Oberflächenveredelung in unserer Aloxalanlage, die übrigens eine der größten Westeuropas ist, und der mechanischen Weiterbearbeitung der Profile je nach Kundenwunsch. Beim Aluminiumstrangpressen wird das Aluminiumprofil auf eine Temperatur von 460 bis 500 Grad erhitzt und anschließend mit viel Druck durch das Werkzeug gepresst, sodass hinten das Aluminiumprofil in der gewünschten Geometrie herauskommt. Unsere Aluminiumprofile findet ihr hinterher beispielsweise im Fensterraum und Türrahmen, Fußballtouren, LKW-Aufliegern oder hochwertigen Transportkoffern. Den suchen wir. Wir suchen aufgeweckte, neugierige, motivierte und aufgeschlossene Azubis, die wir in unterschiedlichen Bereichen ausbilden werden. Im technisch-gewerblichen Bereich bilden wir Werkzeugmechaniker mit dem Schwerpunkt Korrekturtechnik sowie Mechatroniker aus, im kaufmännischen Bereich Industriekaufleute, natürlich in allen drei Ausbildungsberufen Jungs und Mädchen. Angehende Werkzeugmechaniker überzeugen durch handwerkliches Geschick, Geduld und Feingefühl, da sie unsere Strangpresswerkzeuge für die Produktion instandsetzen und optimieren. Sie sind sozusagen unsere Künstler am Werkzeug. Unsere Mechatroniker zeichnen sich durch handwerklich technisches Geschick bei Reparatur- und Wartungsarbeiten aus. Nach der Ausbildung begleiten sie unsere Produktion in Früh-, Spät- und Nachtschicht. Wie auch die Werkzeugmechaniker sorgen unsere Mechatroniker für einen störungsfreien Betriebsablauf. Sie sind sozusagen der erste Hilfedienst für unsere Produktion und immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Die Industriekaufleute lernen unseren gesamten Betrieb vom Auftragseingang bis hin zum Versand der Profile komplett kennen. Gleich zu Beginn der Ausbildung setzen wir sie in der Produktion ein und hinterher durchlaufen sie alle kaufmännischen Abteilungen. Unsere Ausbildung ist klein, aber fein. Wir setzen auf Qualität statt Quantität. Die Azubis genießen eine lehrreiche, abwechslungsreiche Ausbildung. Wir fordern und fördern mit dem Ziel eines bestmöglichen Ausbildungsabschlusses. Und hinterher geht es bei uns direkt weiter mit der Karriereplanung. Wir sind APT, unser Herzschläg für Aluminiumprofile. Und wenn du dein persönliches Zukunftsprofil mit und bei uns herstellen möchtest, dann kontaktiere uns gern, denn ihr seid unsere Zukunft. Und wir sind unsere Zukunft. Und wir sind unsere Zukunft.